Norddeutscher Rundfunk 2021 Yo, Bro, was geht ab, Mann? Nix bei dir. Ja, ich bin sogar bei dir da näher, Mann. Hast du Lust, was zu machen? Ja, okay, komm. Ich bin so zwei Minuten da. Alles war easy, easy. Okay, bis gleich. Bis gleich, ja? Ja. Wer ist das? Justify jetzt. Achso. Bro, guck mal, was für dicke, fette Gebäude, Alter. Wo bleibt der wieder, Mann? Er sagt, der kommt immer, dann kommt der nicht. Ja, was geht ab, Mann? Aber bist du schon wieder, Mann? Ja, Mann. Du bist immer zu spät. Ja, Bruna. Wie geht's? Was geht ab? Das ist mein Kollege. Jawohl. Alles klar, wie geht's? Was macht ihr? Ich wusste gar nicht, dass du auch dabei bist, weißt du? Ja, ich bin auch dabei. Ach so. Ja, ich bin immer dabei. Ach so, bist du immer dabei? Das ist mein Freund, das ist mein Freund, das ist mein Freund. Das ist mein Freund, das ist mein Freund. Egal, kennst du noch oder nicht? Woher kennt ihr euch denn, Mann? Kindergarten, Mann, kennst du das? Ja, da waren wir noch so, da haben wir noch den Kack in die Hose gemacht, Bruder. Weißt du, als unsere Eltern, als unsere Mutter uns geboren hat, weißt du? Weißt du? Weil das ist richtig, das ist ja was richtig. Bruder, weißt du nicht mehr, was wir alles durchgemacht haben? Oh, ein Dickfeld durchgemacht, Alter. Oh, das war krank, Alter. Ach so. Ey, krass. Ich kenn dir schon eigentlich was länger als du, das ist das Ding. Wir haben schon ein bisschen mehr durchgemacht. Ich meine, das Wichtigste ist, dass wir alle so eine Freundin zu haben. Weißt du noch, als wir zusammen einen Bart bekommen haben? Boah, ey. Tut mir leid, du hast ja keinen Bart. Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja kein... So, auf jeden Fall. Na ja, guck mal, aber ich sag dir ehrlich, ne? Du scheinst echt nett zu sein, ne? Ja, du bist auch echt nett, du ist korrekt. Ja, Mann. Du bist echt korrekt. Aber guck mal, wir sind... Das ist ja was familiäres. Bei uns ist etwas... Blut, Blut. DNA. Wir haben die gleiche DNA. Ah, okay. Ey, Arafat. Komm mal kurz, ja? Was ist los? Bro, ähm... Sind wir noch mit dir befreundet? Schon für lange? Das weißt du noch, oder nicht? Guck mal, ich sag dir ehrlich, ne? Ich möchte das nicht. Wie? Oder bist du... Es geht eigentlich nicht, ich weiß nicht. Ja, aber... Hey, Jungs, was geht ab? Alles gut. Guck mal. Was machen wir jetzt? Weißt du, was wir machen? Was wir machen? Was wir machen, ja. Achso. Das Wir ist eigentlich schon... Zwischen mir, also Arafat und ich... 1, 2, 3 sind hier. Achso. Ich würd sagen... Arafat entscheide mal jetzt, äh... Entscheide. Zu dritt oder zu zweit? Wenn und zu dritt, das weißt du doch. Ja. Achso. Wenn, dann gehst du weg, nicht dich. Arafat. Alles klar, das freut mich auf jeden Fall, ne? Das ist, was irgendjemand macht, ne? Das kann ich nicht mitmachen. Das geht nicht. Ja, okay, ciao. Ja, Mann. Ey! Chipsen, Mann! Piss dich. Willst du mich verarschen, oder was? Ich wollt mich mit denen treffen, und da kommt dieser komische Marokaner an. Das ist mein Freund, Alter. Nein, Mann. Nein, Mann. Guck mal, diese Jets gehen, Bruder. Lass mal klauen. Einmal klauen? Einmal klauen, scheiße. Jo, was geht ab, Jungs, Alter? Ey, was geht? Ja, Mann. Du bist wieder da. Wo hast du dich gehen? Ja, Mann. Bist du doch gegangen, oder nicht? Ja, Mann. Ich wollte mich auch kennenlernen, weißt du, weil ich dich gar nicht richtig kenne. Weißt du? Ah, okay. Pass lieber auf, was du machst. Hast du auch. Wo ich einen aufs Maul gebe. Ey, guck mal. Ey, Arafat. Bruder, guck mal, wenn du Stress gibst. Wie klein ist das? Ist das schlimm? Arafat. Warte ruhig, Alter, Mann. Ja, hab ich gar nicht. Du musst keinen Stress machen, oder? Guck mal, du bist ja schon länger Zeit Single, ne? Ja, ne. Ey, guck mal, du weißt nicht so. Dein Ex. Was ist mit der? Ja, was ist mit der, ne? Was ist mit der? Was ist mit der? Ja, hast du nichts mit der gehabt? Hä? Bist du mit der am Schreiben? Ja. Guck mal, Alex, Freundin, Mann. Bruder, der labert. Soll ich schon mal sagen, was der gemacht hat? Was denn? Soll ich schon mal sagen, was der mit deiner Freundin angestellt hat in seinem PVC? Der hat dir ausgelauscht, Bruder, die ist vorbei, die ist wie ein Hühnchen jetzt. Der Arafat, guck mal. Das ist mein Ex-Freundin, Mann. Der hat dich getötet. Aber du auch aus? Nein! Ich schreibe nur, ich schreibe nur. Arafat, guck mal, hör mal zu. Ich schreibe es nicht so schön wie. Hör mal zu, hör mal zu, hör mal zu. Ey, ich dachte ein bisschen ruhig da, Bruder. Bruder. Guck mal, was du gemacht hast, ja? Bruder, das ist deine Schuld. Keiner Spinner, Alter. Mit euch Marokkaner kann man ja gar nicht hier unternehmen, weißt du? Halt die Fresse, halt die Fresse. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Halt mal ruhig, was ist los mit dir, Alter? Guck mal, du bist doch so zu mir, Mann. Wie dir, wie dir, hab ich jetzt meinen besten Freund von uns. Also meinen besten Freund. Mein besten Freund. Bruder, sei nicht traurig. Ich bin fertig da. Das ist eigentlich korrekt, ja? Das ist eigentlich schon cool. Du bist eigentlich voll der Coole, Mann. Aber du hast Mund hoch, ja? Du hast Fake-Klamotten angehört, Alter. Keiner Wächter, Mann. Immer noch keiner, Alter. Also Wächter, Mann. Hast du das abgezogen? Nein, Mann. Nein, 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 nein. Deine Meinung. Alter, du gefällst dir, Alter. Fake-Louis wie mit Gucci, Alter. Also, was essen gehen, Alter? Kann ich mir machen. Aber mach deinen Mund zu, ja? Komm. Das kann doch nicht sein, Alter. Mann, wir sind beste Freunde. Und die kreilen sich meine Ex-Freunde. Da erzählen mir was von Blut und Freundschaft. Das kann doch nicht sein. Du bist schoofl-, Du bist schooflix hoch. Untertitelung des ZDF, 2020